Jander, jetzt können sie das Tempo aufziehen und sind in Überzahl. Stoppelkamp, geht ans 1 gegen 1, natürlich geht ans 1 gegen 1, geht ins 1 gegen 1 und Moritz Stoppelkamp, Moritz Stoppelkamp, Moritz Stoppelkamp, was für ein Tor. So und dann die Frage, was macht er? Zieht zum Tor, ja klar und dann lässt er seinen Gegenspieler hier aussteigen und dann hat er den Kopf und da will er ihn hinhaben und das ist ein Traumtor. Das ist einfach überragend gemacht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.